Derzeit bin ich jetzt ja bei Lessig im Export und im Key Account Management. Ich telefoniere jeden Tag mit meinen Distributoren, mal in Taiwan morgens und nachmittags dann USA oder mal in Polen. Also im Grunde genommen bin ich jeden Tag woanders. Für mich ist der Highlight eigentlich die zwei großen Messen. Da treffe ich die Distributoren einmal im Jahr und wir können uns immer wieder austauschen. Ich sehe, wie sie sich weiterentwickelt haben, was wir an Lessig-Produkte natürlich dort vermarkten können, wie wir vorankommen. Das freut mich wirklich. Der persönliche Austausch mit unseren Distributoren und Kunden liegt mir sehr am Herzen. Deshalb laden wir sie auch gerne in unseren Showroom ein, um die neuen Kollektionen vorzustellen. Lessig bedeutet für mich eine Kombination aus Erfolg und Menschlichkeit. Jeder Mitarbeiter trägt natürlich zum Unternehmenserfolg bei und ab dem ersten Tag ist der Mitarbeiter ein Mitglied der großen Lessig-Familie.